Landanflug auf Paderborn, 13.04.2012, 18.35 Uhr. Es ist total neblig hier. Man sieht nichts. Da ist die Landebahn. Das war aber nur drehen, oder? Nein. Ja. Ja. Keine Minute mehr, wir sind unten. Ja. Wir setzen auf. Boah, geht der Eis. Herzlich willkommen in Paderborn. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen in Paderborn. Bitte halten Sie kurz geschlossen, hierhin ist ausgescheint, bis die Anscheinzeiten überloschen sind. Sie ist noch nicht auf. Auf der Seite, die Nachfrage, die Nachfrage, die Weite, die Flitter der Sitz, die Wir vertreten Sie, um die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit, die Weite, die Flitter der Sitz, die die Flitter der Sitz. Ja, seitens 7.40 Uhr, um die Aufmerksamkeit und den neuen Glastell bürzen.